Wieso krieg ich zwei Malte damit, diese scheiß Felken? Was soll das? Hier jetzt aber! Ja! Jawoll! Epic Landay Ich bin der liebe Epic Landay Ich fische Landay Bei Epic Landay Bei Epic Landay Lenday Epic Landay 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 Der Landay ist verliebt Der Landay ist verliebt Hier bin ich Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Let's Play Brick Force Ich vergesse jedes Mal das Mikrofon hinzustellen Okay Halt die Fresse Wieso habe ich denn die jetzt ausgerüstet? Egal Wir wollen ein neues Pick'n Win Let's Play machen Haben wir schon mal angekündigt gehabt Wir machen das jetzt Damit wir es nicht später vergessen Seid ihr alle dabei? Hi 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 Epic Landay Pick'n Win und so Beste Chance nutzen wir jetzt mal Ja los Bord 4 Alle setzen Alle setzen los Alle setzen jetzt kommen Okay Ich glaube Den Besten zu Digger Nimm deine perfekte Tastaturfabrik weg von deinem Mund oder so Alter So wir setzen jetzt alle Bord 4 So wir setzen alle Bord 4 Ich hab 26 Können es nicht an das fragen Und ähm Alle auf Bord 4 sitzen So Alle auf Bord 4 sitzen B99 K2 Ich hab nur noch 7 Coins Ich hab nie besser Ich hab nie besser Der ist ja jetzt in meinem Plan Boah ich hab fast was gewonnen Ich hab fast was gewonnen Ja Ich hab nur den Scheiß Soldaten So wir müssen ein bisschen Werbung machen Und dann gehts auch los Oh nachschub vielleicht Ja toll Pinkman H1 hab ich ja durch So die Chance hat besser Wo ist man die Basecoin? 2,3 Mitte Da hab ich jetzt schon 3 oder 4 mal was gewonnen an dieser Stelle Was? Kleiner Elite Waffenstein das kann man gewinnen? Leute Ja Leute das ist doch was schönes Okay Wo nehmen wir jetzt? Da in der Mitte irgendwie da so Ja? Geldbeutel des Diebes Ey die Die Sachen kommen jetzt schneller als früher ne Das ist mir aufgefallen Ja das ist Aber wir machen ein bisschen schnell Weil wenn ich die ganze Zeit noch chille Dann ist es auch langweilig ne Also Die kommen echt schneller die Sachen so rüber Zauberstab der letzte Scheiß alter Ich will was gutes gewinnen Dolch des Ritters Ich hab nur noch 3 Coins Kleiner Waffensteine Was will ich mit einem kleinen Waffenstein Kann ich auch gebrauchen eigentlich So 22 Coins Leute setzt alle Alle setzen Vielleicht gewinnt einer von euch noch diesen Waffen Ich hab meine Skin verbraucht Doof Doof Ja ich warte wo ich Ich überleg wo ich setzen will Guck ich hab angefangen jetzt gehts los Seht ihr Seht ihr Ich hab angefangen jetzt holen sie sich alle Geil Alter Ich nehm Falcon Ach man Ich bin gespannt Wer hast du das erst Ich krieg nehm in der Mitte an Alter es geht los Alter wir haben wirklich Wir haben jetzt wirklich Färbung gemacht Das Bermut Diese Kriegszeiten Diese Scheiß Elken Soldats Hier jetzt aber Ja Jawoll Jawoll Oh Was hast du gewonnen? Leopard Hatte ich auch noch nie Ewe Alter Ah ich vermisse diese Kultate Zeit Wie in den früheren Let's Plays Alter ich hab das so vermisst Guck mal die machen wir noch weiter Meine Hauptgewinne waren bis jetzt dieser komische Sondereinsatz Helm und Taser Läuft alter Ich hab schon Dann guck dir meine Picken Windows Playlist an Ich hab da um die 20 Folgen oder so drin ich weiß nicht Kein Scherz alter ich hab fast in jeder Folge was gewonnen Voll geil alter Ich kenne die nicht mal die hat Schaden das ist gut Ja ich hab noch ein Coin So 19 Coins ich nehm die unten noch Guck die die bleiben hier drin die Chance wird steckt wieder auf Boah nicht leid die Fresse guckt zu oder komm ein TS alter Spastier alter Komm oben in der Mitte irgendwo Herzschlag grad Das ist doch noch gewinnt Das ist doch cooler Ich hab noch Scheiße gewonnen Ich hab noch Scheiße gewonnen Was ich hab auch nur was jetzt nur Scheiße außer alle Scheiße Soll ich mein Nachschubset auch brauchen? Nee Mach das so Ja Nachschubset Dann krieg ich nochmal Dings in Szene Komm 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 Vielleicht gewinnt's noch was Gerade eben hat auch hier Dings gewonnen CAU wie hier auch immer heiß im Game So Hä? Den würd ich grad nehmen Heißiger Heiltrank Herzschlagradar Komm ich gewinn vielleicht nochmal komm CANDEMIR Infanterie Munition Das ist immer noch das beste Board hier ne? Na warte ich kann mal gucken Mr. O Ich zieh nur Scheiße ne? Alter das ist voll Das macht voll Spaß Ihr habt das voll vermisst alter Büstenhelm Den hab ich ja auch 2 Permanent Ja das ist immer noch das Beste bis jetzt Diebes besser Schweißerhelm Ernsthaft? Alter Die letzten Coins Die letzten Coins Okay mein letzter Coin Mein letzter Coin Ähm Oder hier? Digga was sagt ihr? Ah was ist das? Soldat Jetzt soll den einer da wegnehmen Was will ich mit dem Soldaten alter? Anlegen Anlegen So ne Scheiß 1 Auflader benutzen So Habe ich die auch noch Super Soldaten Ah Soldaten ey Also ich hab nichts Oder da oben nochmal Oder da oben nochmal Piratenhut Für den Kanal Für die Abos Für alles Für Video Für Video Für Video Das ist Halt Digga, was will ich mit einem Piraten? Die bessere Frage ist, Kaiches ist überhaupt on? Wer ist Kaiches? Soll ich ein Moderator, der gibt Chatbuns her, so wird man spammt Nein, der ist on! Nein, der ist on! Was? Der ist on? Kaiches ist sogar on Hä, wo siehst du das? Ach, du guckst hier durch? Ja, in der Channel ist der das sogar on Halt Spustis, Alter, kriegt man da so einen längeren Chatbun oder was? Ja, da ist Kaiches, ja, Kaiches ist on Egal, ich spammt trotzdem, ich screer einfach Wir riskieren Komm, wir machen Kampf, komm, Power Das wird witzig, ich hätte ja schon mit diesem Fall gewonnen Das ist so cool, ahhhh Das soll doch einfach 0,04% mehr Moment, ne Frage, wie viel Rüstung haben die mit ihrer speziellen Mod-Rüstung? Genauso viel wie die normale Brickman-Rüstung da? 300 Ich glaub, die haben 160 Was? Die haben, glaub ich, 160 Ey, wollen wir wieder unseren Freefall spielen? Ich glaub, wenn ich vielleicht drei Ja, ich hab noch ne Freefall Wenn ich vielleicht wieder drei, vier Coins dazusetze, dann machen die vielleicht ein paar mehr weg, kann's sein Soll ich noch ne Freefall, äh, genau Die Chance wird dann größer, wette ich Lass mal zusammen auf Welle spielen, zehn Minuten lang Ja, chill mal, Alter, wir machen grad, äh, Pick-n-Windows-Play, du Mongo Ja, wie lang brauchst du denn, dafür hol deine Coins raus und was war's dann? Ja, dann warten wir bis bessere Chance wird, dann machen alle hier mit, wie grade eben und dann Wollen wir jetzt Freefall spielen? Ne, ne? Ja, ich setz die letzten Coins dir ein, Alter, ihr Mongo's, ey Nein Zauber 23 20 wär das Zauberbuch, der letzte Scheiß, Alter Piratenhut Fünf Coins noch, warte, mach doch was 2,61, die Chance werd ich mir nicht entgegen lassen Mal gucken, ob ich schon nen Chat-Bahn hab Ne, hab ich sogar nicht Kann ich das, komm nicht mal rein Ne, ich versteh das nicht Dornblaster-Regel, alles klar Schreib mal 2,63%, schreib mal Ey, APT Du, meine letzten Coins, Alter, meine allerletzten Coins Was soll ich machen? Beim auch mal ein bisschen Chat Ach so, ey, schon ist es immer wieder APT Wir wissen, ob du vor mir ein Chat-Bahn kriegst Digga Die Chance wird ich mir nicht mit Wo sind die alle, Alter? Gerade eben haben die noch alle mitgemacht Mach dir jetzt, äh, hier, Freefall Warpiece Ja, Raum 23 Ja, ich nehm jetzt weg die letzten 25 hab ich Soll ich den hier in der Mitte nehmen? 23 ist cooler Ach Ja, okay, lass mir aber meine Map Ich hab, ich hab ne, ich hab ne Map Okay Das zuerst Nichts mehr übrig, nichts mehr übrig Nichts mehr Was ist? Dann bekommt ihr Schläge Ihr seid trotzdem die Besten, danke für eure Unterstützung Klar, kein Ding, der gehört immer wieder gern Ja Hat Spaß gemacht Ich hab ja einmal was gewonnen Kann ich beim nächsten Mal Mach ich vielleicht ein Mashup wieder von oder so Kick mal diesen Arcanos da raus, denke ich So, ich join den jetzt nach Wir machen wieder ne Free-Fry-Runde Wer mitmachen will einfach Lenday immer nachjoinen im Brickforce Bin öfters jetzt in der letzten Zeit anfangen in den Ferien Lenday, Lenday, komm zu uns Lenday, komm zu uns Ich komm jetzt, ich will noch ne Apro-Moderation machen Ihr könnt ja den Zuschauern irgendwas netzes sagen, damit die sich nicht so beleidigt fühlen Hä, du nimmst... Ja, ey, nimm... Au, fertig Au 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 Mongo, Alter Ja, ich bin grad eben das Video gekommen Neskaffee gib mir mal chronisch Ja, nicht schlimm Ja, okay, dann verpisst euch Also, ich bin echt